Haben wir ja auch irgendwelche Attraktionen? Nee. Weil... Ah, der geht wieder zurück. Alles klar. Ja, ach, wir haben auch noch kein Dingensstand. Ach, können wir auch gar nicht bauen. Sehe ich gerade. Hm. Hier... Lass mich da hin. Können wir Limonade bauen. Haben wir auch noch nicht. Aber wir haben ein paar Besucher dazubekommen durch die Werbekampagne. Limonade 1,30. 1,80. 2,50. Und... Machen wir 2,90. Das hört sich ja weniger an als 3 Euro. Naja, muss da ein Fuchs sein. So, Limonade müsste ja eigentlich immer gut ankommen. Dann machen wir hier auch noch mal ein Hähnchenstand hin. Zack. So. Wir können einmal eine Fahrt hier mitdrehen. Mal schauen, wie das Teil hier abgeht. Ich glaube, das hier hat man auch noch nicht gehabt. Und da geht's auch schon los. Ein Platz ist, glaube ich, bis jetzt noch frei, was ich so sehen kann. Ja, bis jetzt beginnt es ja noch recht harmlos. Also recht. Okay. Äh, yeah. Ach du. Boah. Ich wäre so ein Kandidat, ich würde. Oh, danach sind alle Plätze frei. Das heißt nur, das hier ist bis jetzt bewegt. Aber naja, muss ich ja noch rücksprechen. Das wäre definitiv nichts für mich. Ja. Äh, nein. Nein, nein, nein. Ich muss aber mal gucken, ob wir auch irgendwas. Zirkus. Hm. Ich hab gedacht, für die Kleinen, aber... Nee. Oh, hab ich das jetzt hier dran gemacht? Warte mal, kann ich... So. Mach mal das so. Das hab ich vielleicht nicht ganz so gut platziert. Machen wir das Ganze auch hier. Das ist mir doch lieber, als wenn die dann, äh, hier so komisch rum müssen. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich würde zu gerne mit euch eine Achterbahn bauen, aber wir können noch nicht so viel. Revolution. Ach so, da kann man doch. Windsurfer. Ich weiß nicht, ob es was bringt, dieses Mein-Dingen hier zu bauen. Hier dieses, ähm... Wilde Minenholzbahn. Können wir gerne mal ausprobieren. Ach nee, warte mal. Ja, vorher möchte ich noch mal gucken. Kann man die ganz normal... ...bauen? Wie ist die hier aufgebaut? Die ist ja schon sehr heftig, ne? Okay. Also, die fangen auch ganz normal unten an. Da wollte ich mich nur gerade vergewissern. Der Fall zeigt in die falsche Richtung. Lol. So, einer geht noch. Dann schießen wir mal eben in die Luft. Wie kann dort nicht gebaut werden? Wird's mich verarschen. So kann ich denn hier nicht bauen. Ist doch an meinem Gebiet. So, jetzt geht's. Mal gucken, ob das gehen würde. So wie ich mir das vorstelle. Da müssen wir ja auch drauf achten. Nein, nicht anhalten die Zeit. Muss trotzdem Kohle reinkommen. Alles klar. Das würde soweit gehen. Aber das ist dann so eine, die... Leider nichts mit... ...sachtschnell Dingens hat mit Looping und so. Okay. Okay, höher kann ich also nicht. Okay. 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 So, jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt noch machbar ist. Das kennen wir ja noch. Da fährt er ja jetzt hoch. So, dann kommt er hier in die Kurve. Dann geht's runter. Um die Kurve. Hoch. Okay. Das ist auf jeden Fall machbar. Aber die Streckenlänge habe ich noch nicht von 800. Wo kann ich mir das eigentlich anzeigen lassen, wie viel ich habe? Ha. Wenn ich das jetzt hier mache, habe ich dann vorläufig ein Ergebnis. Dann möchte ich doch gerne ausprobieren. Okay. Okay. Einen kann ich noch. Und dann müssen wir wieder einen Schlenker nach da machen. Und dann geht es wieder auf. Kann ich noch einen? Nee. Denn wir müssen ja irgendwie die Länge kriegen. So. Jetzt geht es... Ab nach unten. So. Und gerade. Jetzt gucken wir nochmal, ob das überhaupt funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und dann hoffe ich, dass... Ja. Wobei mir die gar nicht so gut gefällt, muss ich ehrlich gestehen. Das ist ja nur ein Auf und ein Ab. Also. Okay. Mm-hmm. Okay. Finden die sich? Geil. Der Eingang ist hier und der Ausgang ist hier. Tja, ich hoffe, ich habe jetzt diese 800 sowieso Meter. Ansonsten habe ich Scheiße gebaut. Wieso fehlt denn hier Weg? Ja. Okay. Ja, dafür nehmen wir auch so 4,70. Ah ne, halt, stopp. Ich muss ja noch sagen. So. Oh. Erregungsbewertung 0,19. Intensitätsbewertung mega extrem und Übelkeitsbewertung sehr hoch. Upsi. Ups. Ja, da will ich aber jetzt mal mitfahren. Wie weit habe ich denn da gebaut? Kann vielleicht sogar sein, dass wir alles nochmal neu machen müssen. Ich hatte vorher besser mal abgespeichert. Bevor ich das gebaut hätte, weil ich jetzt nicht weiß, wie die Länge ist. Verdammt. 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 Komm, gib Gummi. Ui, da kommen sogar die Ersten. Sehr schön. Oh wei. Liebe Leute, was haben wir da gemacht? Was haben wir nur gemacht? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, komm, jetzt fahr mal los, ey. Ich will wissen, was ich hier fabriziert habe. Man. Oh oh. Oh oh. Okay, das geht ja noch. Wow. Ich glaube, das hätten wir sogar ohne diesen Teil geschafft. Oh, dann kommt, äh... Dann kommt, äh... ... ...